so und damit ein herzlich willkommen zu einem weiteres video ich bin der molly und heiße euch herzlich willkommen her es ist gestern ein flugstock rausgekommen am dienstag wir haben jetzt heute mittwoch ich hab's gestern nicht geschafft weil ich ganz seit gran turismo gezockt habe es tut mir ehrlich leid leute weißt du was ich bin einfach gran turismo so nice so also ja pyro oder wie das ding heißt ist jetzt reingekommen für drei millionen 350.000 wenn man die mission macht oder vier millionen 455 und 500 dollar kaufen wir es mal bleibt ja nix übrig ich habe es gekauft und es regnet mal wieder dann würde ich mal sagen lasst uns zum hangar gehen und ja dann sehen wir uns auch eigentlich gleich beim hangar so ok damit sind wir jetzt im hangar mal gucken wo das flugzeug steht achte oder ach nee da da steht so dann wollen wir uns auch eigentlich mal gucken wie die tuningsmöglichkeiten sind und in der zeitraum stumm ich mich erst mal und lasst musik laufen und jo dann hören wir uns noch mal gleich so Untertitelung des ZDF, 2020 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 man schaut als wenn ich das erleichter noch mal Entschuldigung ja wie gesagt dass es ist ein also sein ich finde es ist nichts besonderes auf jeden fall wollte ich mich jetzt erstmal dafür verabschieden das war es jetzt erstmal von mir haut rein und habt noch einen schönen tag oder eine schöne woche und ciao